Seid ihr bereit für die 3. Nacht? Ja! Fastbear Entertainment Storage. Mute. Also... Und das ist übrigens ganz schön laut. Ich hab'n Fehler gemacht, ich hab's zu laut auf mein Headset eingestellt. Das ist immer noch viel zu laut. Aber... Naja, das ist mir echt zu laut. Das sollte nicht so laut sein, dass... dass gleich meine Rohren, äh... in eine andere Welt katapultiert, wenn ein Jumpscare kommt, weißt. Also, Freddy ist immer noch... Das ist nur Barney. Okay, also... Es ist... an sich nicht... schwer. Ich muss das mit den Fernsern nur im Kopf behalten. Ich werde jetzt mal nicht so oft rumleuchten. Und mach das natürlich. Okay, Chica kommt nämlich vom Lüftungsschacht. Ui! Oh lol! Okay, jetzt muss ich doch ein bisschen aufpassen. Freddy ist auch aktiv. Der Freddy ist... aktiv! So schaut's aus. Okay, die steht noch da rum. Chica ist so einfach, weißt. Die krabbelt da hin, starb mich gefühlt da halbes Jahr an. Und dann kann ich zumachen. In der Zeit. Derzeit kann ich wahrscheinlich zwei Dosen Monster trinken. Frühstück machen. Weltreise machen. Und dann greift sie mal an. So ungefähr. Okay. Mängel ist noch... Am Boden. Easy going bisher. Ein Uhr. Easy going. Easy going. Schau mal einfach mal, wie weit wir heute in der dritten Nacht kommen. Schau mal einfach mal. Hi. Das könnte Chica gewesen sein. Hi. Okay, das war gut. Das war sehr gut. Jetzt habe ich es nämlich gehört. Ich meine, ich habe es davor auch gehört. Aber jetzt habe ich einfach mal ein bisschen mehr aufpassen als sonst. Was? Ist das ein Fan, der gerade ausgegangen ist? Oder spinnt? Hi. Okay, ich kann mal ganz kurz schauen. Ganz kurz Lucky Lucky machen. Nervös. Wo ist Mängel eigentlich? Wo ist Mängel? Okay, Lüftungsschacht. Tau ja, Barney. Die Animation ist so genial. Ah. Schnell bist du. Was war das für ein Sound? Wie kann ich Mängel eigentlich erbeuten? Lüftungsschacht. Lüftungsschacht. Achtung. Lüftungsschacht. Mängel ist hier. Mängel ist hier. Oder? Nee, Freddy. Loll. Why? Was waren das denn für Sounds im Lüftungsschacht? Ich habe immer bedenkt. Ich habe immer bedenkt, dass hast du Mängel angreift. Ich habe immer bedenkt, dass hast du Mängel angreift. wieder voll euch recht, hey. Ich weiß nicht, wie Mängel angreift. Schon wieder? Halt da! Hörs mal auf. Was sind denn für Sounds die ganze Zeit? Ich habe ein Scheißgefühl gerade. Mängel ist in der Nähe. Mängel ist in der Nähe. Mängel ist in der Nähe. Cooling-Fan-Compromise. Okay. Das heißt, ich muss einen Fan dann sealen. Da musst du echt viel überlegen. Also. Mute. Mute. Das heißt, Mängel greift irgendeinen von den Fans an. und ich muss ihn dann zumachen. Also. Ich habe ja nur die drei. Okay. Gut zu wissen. Das heißt. Erstmal kurz einen Schluck für den Mut. Und. Dann geht's weiter. Das war eigentlich nicht das, was ich sagen wollte. Aber okay. Chica. Toy Freddy liegt noch. Es ist interessant, dass das echt random ist. Also das Muster von denen. Es ist random. Hallo. Ja, das ist Mängel. Also ich muss viel mehr auf den Lüftungsschachtern achten. Das ist das ganze Problem an der Sache. Ähm. Schon da? Nö. Nö, da bist du. Und Toy Freddy liegt noch rum. Das ist schön. Boah, ich muss echt gut aufpassen auf Mängel. Mängel macht mir nämlich einen Fan kaputt. Ja, ja. Dann steigt die Temperatur. Und dann kann Mängel mich angreifen. Ja, ja. Ist schon klar. Ist schon klar. Klar wie Kloßbrühe. Lüftungsschacht. Zerlüftungsschacht. Ja. Also ich glaub's. Mal. Ja. Lüftungsschacht. Hu 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 hu. Das war gefährlich. Hau's mal ab. Nein. Du wirst mir jetzt verarschen. Du wirst... Oh, na, 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 na. Alt F4, hey. Ist er echt immer noch da? Okay, Mangle ist da drin. Darf ich mal? Ja! Mangle blockiert, äh. Dinger, ich blockiert alles grad. Okay. Warte. Warte. Nur zur Sicherheit, ich seel. Ach so, das zieht der Strom ab. Ja, oh, die hauert grad alles, hey. Ja gut, da hab ich gesielt. Hi, Freddy. Hört so. Oh, das ist mir Bibi, das geht mir ein bisschen auf den Sack grad. Toll, Fein Nummer 2. Im Arsch. Jetzt muss ich aufpassen, dass das Fein Nummer 3 nicht kaputt geht. Ich hab rechtzeitig gesielt. Hab ich rechtzeitig gesielt? Ich hoffe. Bleib bloß weg von mir, ich sag's dir. Klatsch dir gegen die Wand, hey. Hau das Schild in die Ohren, hey. Hau das Schild in die Ohren, hey. Nein! Nein! Ja, ich sollte das, ich sollte das Ziel dran lassen. Oh Gott. Oh Gott! Das, das wird gar nichts. Das wird gar nichts mehr, hey. Alter, Falter, ist das schwer, die dritte Nacht, hey. Okay, aber ich hab das hier noch. Was mir nichts mehr bringt. Wow, die dritte Nacht ist schwer. Und Bibi ist auch noch da. Toll. Dann lass es gut sein, wenn ihr hier klickt, gibt es auch noch ein Fangame. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und man sieht es im nächsten Video wieder. Macht's gut.